Herzlich Willkommen heute zum Thema Du bist das Saatkorn. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jedes Jahr helfen wir Hunderten von Menschen dabei, sich selbstständig zu machen, ihren beruflichen Traum zu verwirklichen, zu wachsen oder schließlich auch das Unternehmen zu verkaufen. Und fast alle Unternehmer stellen sich die Frage, wie kann ich meinen Traum verwirklichen, wie kann ich erfolgreich werden oder wie kann ich das, womit ich jetzt gerade unzufrieden bin, ändern. Und die gute Nachricht ist, dass Du das Saatkorn bist in Deinem Kontext. Was bedeutet das nun, dass Du das Saatkorn bist? Nun, wenn wir uns hier den Bauer Huber mal angucken, dann wird er auf einem Feld Weizen-Saatkörner ausbringen, auf dem anderen Feld Roggen-Saatkörner und hier Hafer-Saatkörner. Und rate mal, was er im Herbst erntet. Er wird dort Weizen, Roggen und auch Hafer ernten auf dem jeweiligen Feld. Das ist die gute, aber auch die schlechte Nachricht, denn das ausgebrachte Saatgut, nun das bestimmt dann die Pflanze und damit auch die Frucht. Und so wie Bauer Huber die Saatkörner in den Boden ausbrachte und Weizen und Roggen und Hafer geerntet hat, so sehen Du und ich auch unsere Saatkörner in unsere Felder aus. Und unsere Felder, nun, das ist unser Kontext. Das ist zum Beispiel Dein Freundesnetzwerk. Welche Saat hast Du dort ausgebracht? Aber auch Deine Fitness, wie sieht Dein körperlicher Zustand heute aus? Wie sieht Dein Gewicht aus? All das ist das Resultat der Saatkörner, die Du in den letzten Wochen, Monaten und Jahren in den Boden gedrückt, in Deine Zeit reingedrückt hast. Das Gleiche gilt mit Deiner Familie. Hast Du einen guten Draht zu Deiner Gegenwart, zu Deiner Herkunftsfamilie, zu Deinen Eltern oder hast Du ihn nicht? Auch das ist kein Zufall, sondern eine Entsprechung, eine Frucht Deiner Saatkörner, die Du in den Boden, in Deine Zeit, in Deinen Terminkalender gedrückt hast. Das Gleiche ist auch mit Deinen Finanzen. Hast Du große Zahlen, hast Du kleine Zahlen. Das sind auch Früchte von den Saatkörnern, die Du in den Boden gedrückt hast. Wir können Deiner Berufung nachgehen. Wir können Deiner Kompetenzentwicklung nachgehen. Deine Persönlichkeitsentwicklung, Dein Know-how, Dein Fachwissen. All das ist die Frucht, ist die Ernte der Saatkörner, die Du in den Boden gedrückt hast. Nun, was bedeutet das? So wie Bauer Huber genau weiß, welche Saatkorn er in den Boden drücken muss, um Weizen, Hafer und Roggen zu bekommen, nun genauso ist es auch unsere Aufgabe, sich Gedanken zu machen, welche Ernte, welche Früchte wollen wir herausbringen. Und uns dann Gedanken zu machen, welche Saatkorn, welche Verhaltensweise, wie viel Zeit, was muss ich investieren in meinen Kontext, in die Welt, damit ich die entsprechenden Ergebnisse auch bekomme. Auf der anderen Seite ist es so, dass all das, was Du über heute hast, auch ein Feedback ist, der Saatkörner, die Du in den Boden gedrückt hast. Nun, und Du ahnst es schon, was der nächste Schritt ist. Der nächste Schritt ist also, sich Gedanken zu machen, vom Ende her, von der Ernte her, was möchtest Du aus Deinem Obstgarten ernten? Möchtest Du Äpfel, Birnen, Orangen, Bananen oder Kiwis haben? Und erst, wenn Du das definiert hast, was Deine Frucht sein soll, nun, dann machst Du Dir Gedanken, welche Pflanze Produzent dieser Früchte ist. Und erst, wenn Du diese Pflanze identifiziert hast, die Produzent der Früchte ist, der Ergebnisse, die Du haben willst, dann machst Du Dir Gedanken um den DNA-Träger, das Saatkorn, also um den Planen, denn in dem Saatkorn ist ein Businessplan, Geschäftsplan, ein Prozessplan, eine DNA enthalten, wo genau drin steht, wie die Sonnenstrahlen wie CO2 in Verbindung mit den Bodennährstoffen umgewandelt wird in diese Produktionsstätte, Baum, Busch, Pflanze, die dann die Früchte bringt. Und das Gute ist, dass Du auch ein Bauplanträger bist. Das ist Dein Geist, das ist Dein Wissen, das ist Dein Know-how, das ist Dein Gehirn, Deine Persönlichkeit. All das, was hier sich zwischen Deinen Ohren abbildet, das wird dann umgestaltet zu dem Bauplanträger, der dann die entsprechende Pflanze produziert, die Ergebnisse produziert und auch die Früchte produziert. Nun zusammengefasst, was bedeutet das für Dich? Das bedeutet vielleicht heute erstmals die Erkenntnis, dass Du viel weniger Opfer bist der Umstände, dass andere viel weniger Schuld daran sind, wie es Dir heute geht, wo Du bist, wo Du stehst und wie viel Verantwortung andere dafür tragen, dass Du noch nicht die Früchte in Deinem Leben hast, die Du so wünschst. Vielmehr ist es so, dass wir auf diese Welt abgesetzt wurden von dem, der die Welt vielleicht erschaffen hat, mit der Kompetenz, das Leben, den Kontext, die Welt, andere Menschen zu beeinflussen. Aber die viel wichtige Frage für Dich in Deinem Leben ist, was möchtest Du beeinflusst haben, dass Du dann auch die Früchte davon trägst. Und das Ganze sollte natürlich angemessen, nachhaltig, umweltbewusst sein, wenig Plastikstrohhemme verbrauchend, sodass die nachfolgenden Generationen ebenso wie Du die Möglichkeit haben, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn Du also Unterstützung dabei brauchst, in diese Wirkungskette bewusst einzutreten, also selbst einen Saatkorn zu wehren, was in der Lage ist, die Pflanzen zu produzieren, die Deine Früchte, Deine Wünsche, Deine Ergebnisse ergeben, nun, da kannst Du gerne einen Gutschein runterladen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir helfen Dir gerne dabei, bei der Projektumsetzung, denn auch eine Unternehmensgründung, eine Selbstständigkeit bedarf eines Finanz-, eines Businessplans. Und dort wird auch die DNA festgelegt für das Unternehmen, was dann in drei, fünf oder zehn Jahren existent ist und die Überschüsse, die Erträge erwirtschaftet und den Nutzen bringst, den Du Dir so sehr gerne vorstellst. Klaue Dich also ein, jetzt diesen Gutschein zu nutzen, ein kostenfreies Erstgespräch zu vereinbaren mit uns, auch Beratungsfördermittel für diese gesamten Beratungen auch zu beantragen oder einfach unseren Kanal zu abonnieren und uns weiterzuempfehlen. Ich wünsche Dir viel Erfolg und wünsche Dir auch, dass Du Deinen Tag nicht mehr danach bewertest, welche Ernte Du zufällig eingefahren hast, welche Ergebnisse Du vielleicht haben könntest irgendwann mal, sondern viel mehr danach, welche Saatkörner Du entwickelt und in den Boden gebracht hast, also welche Saat Du nach draußen gebracht hast, welchen Dienst Du geleistet hast und welchen Nutzen Du gebracht hast für andere Menschen, dass daraus Deine Ziele, Deine Wünsche, Deine Ergebnisse entstehen, die Du Dir so wünschst. Viel Erfolg wünsche Dir Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass Du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst Du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest Du gerne ein Erstgespräch haben, um Deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest Du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst Du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.